Pro und Konter, diese Woche geht es um alle möglichen Nazi-Trainer. Es müssen einfach alle zittern, mindestens in den zwei grossen Mannschaftssportarten. Und ich weiss nicht, vielleicht ist es im Biathlon auch so, aber das hätten wir noch nicht mitbekommen. Formel 1 ist fertig, wir müssen das aufarbeiten und dann geht es um Tiefgefroren. Nichts, das um mich jetzt. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und dem Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch etwas erklären kann. Pro und Konter. Jetzt sind wir schon wieder da. Es ist erst Viertel vor vier Uhr. Da sind wir normalerweise schon längstens im Führeroben. Oder so ähnlich, mindestens nicht mehr in diesem Studio. Wir haben heute am Mittag, zu unserer normalen Aufnahmezeit, über die ganze Geschichte von Murat Jackin gesprochen. Schweizer Nationaltrainer, der mir nicht so genau gewusst hat, darf er jetzt bleiben, muss er gehen, nur bis zur EM und überhaupt. Und jetzt ist der Entscheid da, kurz nach den drei. Meine ist offiziell vom Schweizerischen Fussballverband verkündet worden. Murat Jackin bleibt bis zur Fussball-Europameisterschaft in Deutschland und im Sommer 2024 Nationaltrainer von der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Nicht, dass es da noch Verwirrung gibt. Und dann schauen wir weiter. Es sei jetzt so, es sei volles Vertrauen, vollstes Vertrauen, so sagt man es, vollstes Vertrauen, sei weiterhin da, trotz viermal unentschieden und einer ist verloren in den letzten Quali-Spielen. Das schreiben sie wirklich so explizit in dieser Medienmitteilung. Und wir sind überzeugt, dass jetzt das wieder gut klingt. Man gebe ihm Jackin die bestmögliche Unterstützung, die Unterstützung zu meinem bestmöglichen Team und es darf an der EM in Deutschland teilnehmen können. Klingt für mich, als ob man dem nächsten Stufe Assistenztrainer vielleicht noch irgendetwas macht. Aber die ganz grossen Personalien lenkt man im Moment doch nicht an. Die schnelle Reaktion. Wir schieben das jetzt zwischen hinein. Wir haben schon etwas aufgenommen, nehmen wir logischweise den Teil, den wir gemutmassen haben, wie es jetzt weitergehen müsste, raus analysieren, knallhart und dann geht es mit dem üblichen Problem weiter. Sag rasch, was ist deine erste Reaktion? Ja, einigermassen erstaunt bin ich. Andererseits, ja, erfreut. In dem Sinne, es ist es doch relativ schnell gegangen, wobei, das hat man auch eigentlich viel schneller machen können. Es war ja eh schon Kommunikation. Wenn er die Zielsetzung erfüllt, dann bleibt er bis und mit der EM Trainer. den Handlungsbedarf hat man ja erkennt, scheinbar, aufgrund von den Leistungen, die dann passiert sind und aufgrund von den Diskussionen, die die ausgelöst haben. Also, dass man auf die Idee gekommen könnte, dass da zwischen Trainer und Mannschaft das Tisch durchverschnitten ist, das finde ich nur logisch. Also, die Leistungen sind ja nicht mehr so gewesen, wie man es sich gewöhnt war. Die Ansprüche sind nicht erfüllt worden. Auch wenn man das Ziel erreicht hat, aber wenn man schaut, gegen welche Gegner dass man das erreicht hat, ist es ja tatsächlich schwer, sich vorzustellen, dass man in dieser Gruppe hätte scheitern können. Das wäre ja im total Zusammenbruch gleich gekommen. Natürlich kann man das machen. Ich frage mich, ob man das aufgrund von Aussagen der Spieler gemacht hat, die sich vielleicht geäussert haben, was mich sehr eine Stunde würde, aufgrund von dem man vorher gehört hat, dass da alles in Ordnung ist oder ob man einfach an dem festhaltet, was man vorher gesagt hat, sich selber beim Wort nimmt. Wenn er die Qualifikation schafft, dann ist er unser Mann. Es wird ja lustig. Jetzt sagt Pierre-Louis Cittami, der Nationalmannschaftsdirektor, der Murat-Jakyn öffentlich angezählt hat nach dem Rumänien-Matsch, sehr klar war, in dem, dass es überhaupt nicht klar ist, dass es mit dem Murat-Jakyn weitergeht. Er hat jetzt da konkrete Lösungsvorschläge aufgezeigt und ist überzeugt im Verband, dass es einen Ansatz gäbe, dass man wieder in der Fortspur finde. soweit, so gut. Nach Abschluss der EM werden wir eine Auslegeordnung vornehmen und schauen, wie es weitergeht. Also sprich, man geht mit einem Nationaltrainer in die Europameisterschaft, die voraussichtlich keinen weiterläufenden Vertrag hat. Und jetzt nur mal angenommen, das geht in die Hose. Also man geht in Deutschland in den Vorrunden raus, spielt nicht besonders gut, also spielt so, wie man jetzt zuletzt gespielt hat. Dann steht man Mitte Juli, Ende Juni, Mitte Juli ohne Trainer und sollte dann ab August wieder Kampagne spielen. Klingt für mich wahnsinnig. Nicht gut organisiert, ich sage es jetzt mal so. Ja, das entspricht sicher nicht den Wünschen, den man hat. Man stellt sich vor, dass man jederzeit gewappnet und gut aufgestellt ist, aber ich finde, so eine Situation erfordert auch besondere Massnahmen. dass man sich jetzt nicht auf die Äste rauslaten und sagt, ja gut, dann können wir direkt weiter verlängern. Das wäre wahrscheinlich nicht sehr ratsam. Man hätte sagen können, es ist schon nachher fertig. Das wäre auch möglich gewesen. Das wäre auch möglich gewesen, ja. Nur dann schliesst man aus oder so verhindert man, dass man in die Situation gerät, dass man vielleicht in der EM tatsächlich Top-Leistungen bringt und vielleicht im Halbfinal steht und nachher der Jakin sagt, ja gut, es geht nicht um eine Seite. Plötzlich tun sich da ganz andere Türen offen, als ihr meint. Man weiss nie, was passiert. Andererseits, glaube ich, zu grosse Sorgen muss man sich nicht machen, der Job ist attraktiv, also im Notfall kann man auch mal Rudi Völler kurzfristig noch holen, zum etwas korrigieren oder so. Ich glaube, einen Trainer findet man immer. Und tatsächlich ist man jetzt nicht mehr zufrieden gewesen, das ist klar durchgekommen. Wortmeldungen von Exponenten, die direkt betroffen sind, Fans, Zuschauer usw. Ich glaube, das muss man schon berücksichtigen und in dem Fall, ob es das richtig ist, dass man es so macht, ja, es hat gewisse Nachteile. Man weiss nicht, wer macht nach der WM den Job, nach der EM, aber ich glaube, im Notfall, wenn man wirklich das Gefühl hat, das geht jetzt nicht mehr weiter, dann findet man noch eine Lösung. Eventuell denkt man jetzt schon an gewisse Lösungen. Es wird nicht so schwierig sein, irgendjemanden finden. Was mich stört an dem Ganzen ist der Prozess, den der Verband wehrt, weil man, also jetzt hat man das Problem einfach verschoben. Ein halbes Jahr. Klar, es kann sein, dass beim nächsten Zusammenzug im Frühling sensationell guter Fussball gespielt wird, plötzlich von der Schweizer Nationalmannschaft, ich meine, das sind gute Fussballspieler, die dort drinnen sind und dann geht man mit einer Euphorie an die EM und spielt eins an die Wand. Wer weiss. Aber, stell dir vor, man spielt heute im März, ein bisschen Testspüle, es läuft wieder so mit, dann rumoren es wieder, dann sagt man, ja, aber man hat ja gesagt, du, im Sommer kann es fertig sein. Also, man macht es natürlich schon irgendwo angreifbar, zum einen. Und zum anderen, man hat jetzt gesagt, man macht sicher mal mit dem Murat Jakkin weiter, kann man sagen, gut, grundsätzlich, wenn sich einer qualifiziert sei, das Turnier machen, diese Position kann man haben, aber die Analyse ist offenbar immer noch nicht abgeschlossen, also es wird langsam zu einem Running Gag mit dieser tiefschürfenden Analyse, die jetzt weitererwähnt wird, in der offiziellen Kommunikation vom Verband. Und ich dachte, das wird schon wahnsinnig. Also, wenn das nicht, wenn da jetzt nicht der ganz grosse Wurf kommt, dann hat man also sehr lange analysiert, für am Schluss zu sagen, ja, wir ändern nichts. Was selbstverständlich jedem sein guter Recht ist. Was soll da rausgekommen dabei? Also, dann müsste man auf einzelne Spielzüge eingehen, dann müsste man ein Video präsentieren, sagen, ja, du siehst, da steht der Akansi am falschen Platz, da ist die ganze Abwehr ausgehebelt, wurde, selbst dann, das haben wir ja auch gesehen. Aber was ist die Analyse, warum ist das passiert? Also, ich glaube nicht, dass das tatsächlich gemacht wird. Um das Team, um ein Thema, wo man muss angehen. Ja, gut, das kann man machen, aber schlussendlich geht es ja um die Beziehung zwischen dem Trainer und der Mannschaft und um nichts anderes als Anderer. Und um, sagen Sie mal, ohne spektlos sein zu wollen, das sind Positionen, die bei Liebungen austauschbar sind in der Regel. Also, es muss schon etwas passieren, bis man mal über einen Assistenztrainer diskutiert. Das passiert jetzt vielleicht, oder? Vincent Cavin ist bei Lausanne-Sport immer mal wieder im Gespräch für eine Position. Was kann es hier? Da könnte man das elegant lösen, dann kann man dann noch frischen Wind reinholen. An so einem Hang, dann hat vorher schon vieles nicht gestimmt, oder? Nationaltrainer sollte eigentlich in der Lage sein, klar, mit seinem Team zu funktionieren, aber er ist die wichtigste Person. Wenn andere wichtiger sind, dann muss man sich überlegen, ob man Rochard davor nehmen möchte, eventuell. bei dem man sollte übernehmen. Aber eben das mit dieser tiefschürfenden Analyse, ich habe das Gefühl, das steht irgendwie im Krisenhandbuch für Dammis. Was muss man sagen, wenn man nicht weiss, was zu tun ist, dann sagt man, wir nehmen jetzt zuerst einmal eine tiefschürfende, schonungslose Analyse vor, und dann sind wir gescheitert, und dann hofft man darauf, dass die Zeit die Wunde heilt, niemand mehr nachfragt, und man kann zum Tagesgeschäft überwachsen, um es noch mit einer Flossklaze. Das machen wir jetzt auch. Wenn man Gras überwachsen, zuerst wird es mal draufschneiden. Jetzt kommt der Rest der Sendung, weil die haben wir schon aufgenommen, geht es auch um einen Nationaltrainer, der auch einen auslaufenden Vertrag hat, vielleicht auch so an eine Weltmeisterschaft muss, und noch viel mehr. Apropos, es gibt ja noch mehr Nationaltrainer in der Schweiz als Murat Jakin, es gibt eben Eise-Hockey-Espendant, Patrick Fischer, auch eine Figur, die, polarisiert, ich weiss gar nicht, eigentlich ist man sich im Schweizer-Hockey-Espendant einig, dass mit der Nationalmannschaft sehr viel die Richtung richtig gelaufen ist, seit er übernommen hat. Gleichzeitig gibt es ein Problem, die Deutschen, beziehungsweise das Viertelfinal, wo man jetzt doch schon eine Weile nicht mehr darüber rauskommt, und es gibt einen Vertrag, der im kommenden Frühling ausläuft, also mit der Weltmeisterschaft in Tschechien, ist Patrick Fischer sein aktuelles Arbeitspapier nachher fertig, beziehungsweise den Vertrag ausgelaufen, und die Frage ist, was passiert. Also, erst bis jetzt ist aus dem Verband eigentlich immer klar gewesen, man findet den Fischer gut, das Programm, das er hat, läuft in die richtige Richtung, warum nicht weitermachen. Und jetzt aber gehört man in den letzten Tagen und Wochen immer mehr, vielleicht sollten wir noch einmal darüber diskutieren, was läuft da genau? Was genau läuft, das Problem ist, dass viel mehr Leute mitreden, als eigentlich mitreden sollten. der Verband, die SIF, sagt man dem Schnellen. SIF, Eishockey, Federage. Genau. Die können nicht nur selber entscheiden, die können den Antrag stellen, die müssen aber dann zum Verwaltungsrat von der SIF. Dort sitzen dann viele Leute, die man sonst gar nicht so kennt. Und das ist nicht unbedingt das Problem, aber man muss sich bewusst sein, worum es dort geht. Der CEO von SIF ist Patrick Bloch, der kann dem Fischer nicht einfach einen neuen Vertrag geben. Das muss abgesägnet sein Verwaltungsrat. Das macht auch Sinn, dass man nämlich Kostenkontrolle hat, einigermaßen einen Überblick, was machen die da, weil ein Haufen von diesen Geldern verdienen es ja nicht selber, sondern können wir über die Einkünfte von der National League zum Verband. Also dass man da ein bisschen ein Auge drauf hat, das finde ich ganz okay. Problematisch wird das, wenn es zu politischen Ränkenspielen kommt. Und das ist jetzt glaube ich soweit, dass im Fall von Patrick Fischer eigentlich nicht mehr die sportlichen Erfolge oder Misserfolge ausschlaggebend sind, sondern ganz andere Sachen, die im Dunstkreis von der Nationalmannschaft für Irritationen gesorgt haben. Sie haben das kommunikative Mängel von anderen Mitgliedern der Nationalmannschaft, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Ansichten, das geht ja noch, das gehört irgendwie dazu. Nur weiss man nicht mehr genau, wo die Deutungshoheit jetzt ist, bei wem. Also wie schätzt man die Leistungen von Patrick Fischer noch ein? Das ist die Frage. Und reicht das dann, um den Vertrag zu verlängern oder zu sagen, wir verlängern den Vertrag nicht? Gibt es eine dritte Möglichkeit, dass man sagt, wir verlängern den Vertrag vielleicht, aber erst nach der nächsten WM, was ein ganz seltsamer Weg wäre, was ja eigentlich irgendwie auch ein Signal wäre, dass man dem Fischer nicht mehr vertraut. Und dort stellen sich dann im Anschluss oder würden sich noch viele Fragen stellen, wie man das managen möchte. Also wenn das so wäre, dann könnte man ja erst kurz vor der WM die Ziele definieren, was eine ganz seltsame Situation wäre, nicht nur für die Trainer, sondern auch für die Spieler. Ich glaube, bei diesen ganzen Diskussionen vergessen alle Beteiligten, ausser vielleicht die Trainer selber, die Seiten der Spieler, was das für eine Auswirkung hat. In den letzten Jahren hat man gesehen, der Fischer hat es eigentlich geschafft, alle ins Boot zu holen, ist auch seinem Enthusiasmus geschuldet, was den Spielern gefällt. Man hat offen kommuniziert, dass man gerne eine Medaille erwähnt. Das hat vielen anderen nicht so gefallen, dass man so optimistisch war. Aber die Spieler waren immer im Boot. Wenn man jetzt die Diskussion vom Stapel tritt, habe ich das Gefühl, das könnte mal dazu führen, dass irgendein Spieler sagt, ja gut, werde noch einmal einig. Ich rede jetzt vor allem von den NHL-Spielern und auf die ist man angewiesen, dass die dann plötzlich mal sagen, werden noch einmal einig. Ich komme dann wieder, wenn ihr noch einig geworden seid. Ich denke, es wurde ein bisschen die Provinz passen, die Diskussion um die Verlängerung des Vertrages. Jetzt ist er seit acht Jahren ziemlich genau im Amt. 2015 – nicht 2015 – 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 Dezember – – – Die erste WM war in Moskau 2016 mit dem – das kann man nicht sagen nach acht Jahren, das ist eine lange Zeit, man hat nach 18 den Höhepunkt mit Silbermedaille an der WM in Kuppenhagen – das ist aber auch schon eine Weile her – legitim nach acht Jahren eine neue Stimme – Absolut – – – Könnte man – ein gutes Argument. Das kann man sagen. Vielleicht sollte man das sogar sagen. Aber dann wäre die Lösung einfach. Dann könnte man jetzt sagen, ja, wir brauchen etwas Neues. Fischer macht noch die WM oder macht sie vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht würde er von selber sagen, ich mache es nicht mehr. Aber das Ergebnis einer WM als Messlatte zu nehmen für die Vertragsverlängerung des Trainers, finde ich ein bisschen schwierig. Weil erstens einmal Zielsetzung kannst du erst gestalten, wenn du weisst, wie die Mannschaft aussieht. Das kann bis ein paar Tage vor der WM gehen, bis du weisst, welche NHL-Spieler das kriegst. Vielleicht sogar während der WM. Vielleicht während der WM kann sich das noch verändern. Und eine Mannschaft sollte schon grundsätzlich, sagen sie mal so, später, 10 Tage vor der WM, wissen, was sie eigentlich machen sollte. Sonst kann man den Leuten auch mit auf den Weg geben. Ja, schau, dass sie nicht absteigen. Dann sind wir zufrieden. Meine Position diesbezüglich ist ja, ich finde es immer gut, wenn Athleten, Athletinnen oder Teams sagen, was sie wollen. Also viel überleuchtet habe ich geschrieben in den letzten Jahren. Und dort gibt es ja auch so zwei Lager. Du kannst sagen, es gibt das Modell Moshinga Kabunschi. Die sagt immer, ja, ich versuche, so schnell wie möglich zu laufen. Sie ist nicht schlecht gefahren damit, indem sie nie grosse Töne gespuckt hat und dann einfach geliefert hat, Olympia Finale erreicht hat, WM Finale, EM Medaille gewonnen hat, unter anderem Geld. Also, das Palmares spricht für sich. Und dann gibt es aber die andere Denkschule. Ich würde jetzt mal sagen, das ist so E-Hammer, Simon E-Hammer, Jason Joseph, die herstehen und sagen, ja, ich komme da her, zum etwas gönnen. Und die gönnen auch. Also, Joseph hat jetzt den ganz grossen Wurf noch nicht geschafft. Er hat eine Hauermedaille schon geholt. Das ist jetzt mal ein Schritt, ist jetzt aber auch nicht so Hau, dass er da schon hätte völlig abräumen müssen. Meine Prognose ist, dass der im kommenden Sommer an den Olympischen Spielen sehr, sehr grosse Freude wird machen. Aber das noch am Rand. Me-Hammer haben wir schon mehrere Medaillen bejublen. Also, es funktioniert beides. Oder? Herangehensweise. Ihr Gefühl, es wird zum Teil auch wahnsinnig viel daraus gemacht, aus der Kommunikation dort. Und das ist manchmal so, in den Schweizer Medien haben wir oft, oder haben wir zum Teil so eine hämische Tendenz, dass man sagt, ja, schön grosse Klappen hatten, jetzt seid ihr wieder im Viertelfinal ausgeschieden. Was soll ich denn sagen? Also, eben, wenn du NHL, wenn du Leute, Nico Hischer zum Beispiel, willst du ins Boot holen? Der ist als erster overall drafted worden 2017 in der National Hockey League. Der ist mittlerweile Captain von seinem Team. Von dem wird jeden Abend erwartet, dass er alles tut, um das Optimum rauszuholen. Dann solltest du so einen überzeugen zu kommen, an die WM, um das Optimum rauszuholen für die Schweiz. Der haust wahrscheinlich schon eher ab, wenn du sagst, wir haben grosse Ziele, wir wollen etwas erreichen. Das geht jetzt nicht nur für Nico, das ist das erste Beispiel, das mir in Sinn gekommen ist. Wir haben ja doch mittlerweile eine Reihe von arrivierten NHL-Spielern. das Künstliche sich klein machen, das kann funktionieren. Stichwort Kambunji. Aber ich glaube, gerade in einer Mannschaftssportart, wo man halt auch mehr Leute an Bord haben muss, ist es komplizierter. Man hat gesehen, dass es möglich ist. Jetzt finde ich schon, man muss jetzt die deutsche Mannschaft schlagen in einem entscheidenden Match. Und ich finde, diese unangenehme Frage muss sich Patrick Fischer gefallen lassen. Man hat letztes Mal gesagt, ja, es ist ja ein Match wie den anderen. Nein, ist es nicht gewesen, wieder nicht. Und ich würde jetzt sagen, da hätte man vielleicht mal einmal früher merken, dass es nicht das Gleiche ist. Und im Verband könnte man auf Basis von dem sagen, okay, jetzt hat man schon ein bisschen viel Zeit gebraucht, um das lernen, das ist uns zu viel. Aber ja, also ich glaube, die Zielsetzungsthematik hat man die Ziele nicht erreicht, die sind hoch gesteckt, aus gutem Grund. Ich glaube, an dem möchte ich ihn nicht aufhängen. Ich glaube, es gibt andere Gründe, wo man diskutieren kann. Aber eigentlich, wir sind ja beide eher pro Fischer, kann man das so sagen? Ich denke grundsätzlich schon, ja. Sonst habe ich keine Meinung zum Patrick Fischer als Mensch. Nein, ich kann das auch sagen, ich bin pro Fischer, weil ich einfach finde, er macht einen guten Job im Sinne von, hat uns das Angst der Hockey ausgetrieben, wo man heutzutage gar nicht mehr spielen kann auf dem internationalen Level, ausser man ist, also immer wieder ein Österreicher, die dürfen das noch, wo einfach nicht mehr funktioniert. Also du kannst mit, wenn du sieben, acht Spieler hast, wie Hischi, Niederreiter, Josi, Fiala und so weiter, du kannst ja nicht als Aussenseiter dich verkaufen gegen Mannschaften wie Norwegen und so weiter. Es gibt Stimmen, die sagen, man muss doch wieder in die Aussenseite rollen zurück. Das wäre, meiner Meinung nach, ein komplettes Falsch. Die Spieler brauchen auch ein bisschen Zeit, bis sie sich daran gewöhnt haben. Es geht nicht bei allen gleich schnell. Die NHL-Spieler, die kennen das, die können sich nicht verstecken. Natürlich gibt es in der NHL auch Mannschaften, die nicht Favoriten sind auf den Sieg, aber die sind genau gleich unter Druck. Von denen wird erwartet, dass die Playoffs kommen, egal wie gut die Mannschaft eingeschätzt wird. Also die kennen das. Unsere Spieler sind die, die in der Swiss-Liga, National League-Spieler aus anderem Holz geschnitzt. Scheinbar. Man sieht einmal, wenn die NHL-Spieler nicht dabei sind, die Falsen sind unheimlich schwer bei Olympien ohne NHL-Beteiligung im vierten Finale zu kommen. Mit der Beteiligung der NHL-Spieler im WM die letzten sechsmal relativ locker im vierten Finale zum Teil Gruppen gewonnen. Das konnten wir früher alles nicht. dann haben wir jedesmal fast eine Feier veranstaltet wie am 1. August. Wenn man einmal gegen Kanada nur so einen Entscheiden gemacht hat, mittlerweile schlömmert die und man nimmt es einfach so hin. Vielleicht ist daraus auch eine andere Erwartungshaltung gewachsen. Und natürlich mit der Kommunikation, dass man immer von einer Medaille geredet hat. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Das kann man auch intern machen, aber das Volk glaubt das nachher und reagiert entsprechend. Aber wenn man gegen die deutschen Flüge, nur sind die deutschen in den letzten fünf Jahren haben die zwei Silbermedaille geholt, wir eine. Also müssen wir jetzt auch noch eine holen. Das kann ja nicht sein. eine holen, aber ich kann einfach nicht erwarten, dass man die deutschen so einfach schlägt. Die deutschen sind, wenn überhaupt, wenn überhaupt, der ganzes noch unwesentlich schwächer, wenn man alle guten Spieler, die besten Spieler dabei hat, glaube ich sogar, dass die deutschen mittlerweile fast besser sind. Weil wenn man den NHL-Spieler anschaut, die Talente, die dort nachkommen, dann haben die deutschen sicher keinen Nachteil mehr. aber bei der Beurteilung sage ich jetzt von dem Fischer ist für mich konstant auch wichtig, weil die Leute haben nicht sehr viel Zeit, mit den Spielern zu arbeiten, nicht wie im Klub, wo sie während neun Monate jeden Tag mit denen arbeiten, sondern die haben eigentlich drei, vier, fünf Wochen Vorbereitung, plus ein paar Turniere, plus die WM, die dann aber gespielt wird und mehr nicht. In dieser Zeit musst du eigentlich dieses Ergebnis rausholen. von dem her finde ich es eigentlich optimal, was man bisher erreicht hat. Vielleicht kann man sagen, einmal im Halbfinale ist nicht genug. Stimmt. Also mindestens einmal musste man die Deutschen in den vergangenen drei Jahren. Einmal hat man noch gegen die Amerikaner verloren. Einmal gegen Kanadier zweieinhalb Sekunden vor Schluss. Sollte man nicht machen. Sollte man nicht machen, nein. Aber ich sage, man ist jetzt mittlerweile in der Welt eis-okay an einer ganz anderen Platz, als man früher war. Und das ist noch nicht so lange her. Und gleich ist man meiner Meinung immer noch näher am zehnten Platz als am vierten. Was passiert jetzt? Ich habe das Gefühl, dass man den Vertrag nicht verlängert wird, sondern man sagt, man wartet einmal die WM ab, was einem Misertrauensvotum gleich kommt. Und dann wird mindestens Tome Albelin, der Assistenztrainer, der in Schweden und in Finnland und vielleicht sogar in der NHL sehr gefragt ist, abspringen. Und dann hat man das Team schon mal aufgelöst und dann nehme ich an, dass der Fischer wahrscheinlich auch gehen wird. Vor der WM? Nein, nicht vor der WM, das wird er nicht machen, das besteht aus seiner Sicht aus, glaube ich, kein Grund, aber wird vor der WM schon entscheiden, was er machen wird. Das Alten wird vielleicht etwas frei, wenn es jetzt wieder nicht klappt. Müsste sich Fischer allerdings zuerst noch als Turnlehrer ausbilden lassen, weil ja der Präsident Dommon gesagt hat, wenn wir nicht aufsteigen im Dritten, dann brauche ich den Lars Leuenberger nicht mehr, dann kann ich auch einen Kanti-Lehrer, hat er gesagt. Kanti-Lehrer mal verraten, wie sein Turnlehrer heisst, ob man ihn erkannte, die an der Sekunde Primarschale ist ja gleich, die haben meistens auch noch lustige Namen, mein Turnlehrer hat Haller heisst. Turnhaller? Der Haller, er war ein riesen Athlet, also eine wuchtige Person, Handballspieler, und seine Strafaktionen waren, man musste klettern an die Stangen, also es hat dann gehe ich zwei Mal klettern, hat er gesagt, dass man das eigentlich gemacht hat. Der Berner hat in Chur. Ja. Ich weiss nicht, ob es Berner war, Solodornisch, oder zwei Mal nach Läden, ich glaube, irgendetwas könnte ein Oberallgau sein. In Kriegstätten oder so. Ja. Irgendwo an der Autobahn. Ja. Oder es hat dann geheiss obere Wand, untere Wand, obere Wand, untere Wand. Das ist auch so eine... Apropos Autobahn. Formel 1. Wir sind heute im Schwafel-Modus. Ja. ähm... Gefährliches Thema. Sehr gefährliches Thema. Warte, ich gehe aufwachen. Es war eine langweilige Saison. Oder? Es war die langweiligste Saison aller Zeiten, sage ich nicht, weil das nicht stimmt, weil es kann ja am nächsten Tag noch langweiliger werden. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Also ich finde, man hat früher schon... Es ist zu hoffen, dass es die langweiligste aller Zeiten war. Man hat früher schon dominante Teams gehabt, aber selbst dann hat es zwischendurch durch ein Rennen gegeben, das wirklich mal spannend war. Jetzt da in Singapur, ja, hat die Ferrari gewonnen, Carlos Sainz, ein Stadtkurs, der mit dem iPhone anders umgegangen ist und sonst noch Komponente dazu gekommen sind. Aber so sind in der Regel eigentlich diskussionslos. Max Verstappen ohne grosse Wiederwehren. 19 Sieg. 19 Sieg. Im letzten Rennen hatte er noch 17 Sekunden Vorsprung, obwohl der Rap Bull hat es seit August nicht mehr angelangt. Also nicht weiterentwickelt. Er hat schon am neuen Auto geschafft. Da kann man jetzt mal darablesen, was nächstes Jahr passieren wird. Nämlich wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Und vielleicht haben die anderen auch am nächstjährigen Auto geschafft, wie Sie sich gesagt haben. Das Red Bull, das holen wir nicht mehr. Mindestens Mercedes. Dort ist die Hoffnung klein, weil die haben bei null angefangen. Die haben ihr bisheriges Konzept, das sie jetzt zwei Jahre lang durchgeschleppt haben. Also die Hoppelkiste. Die können es jetzt in der Motto-Kiste nicht sorgen. Wir müssen bei null anfangen, neues Konzept. Ferrari kriegt es nicht auf drei. Die sind schnell auf eine Runde, aber bringen es über die Distanz nicht hin. Hinten dran ist es spannender als vorne, aber mit dem gebe ich mir nicht zufrieden. Ich will wissen, wer gewinnt. Das ist das Wichtigste. Aber was machen wir jetzt mit dem Sir Lewis Hamilton, meinem geschätzten Lieblingskollegen in der Formel 1? Der ist jetzt in einem Alter, wo er, gut, wer weiss, vielleicht fährt er noch ganz lange, aber der wird nicht mehr ewig unterwegs sein. Und jetzt sagst du Mercedes, ich kann wieder eigentlich vor und anfangen, zurück auf Feld 1. das heisst, sie sind wieder nicht konkurrenzfähig nächste Saison. Das heisst, er fährt noch einmal auf Platz 6, 7, 9, irgendwie so. Ja, wenn es wirklich einen grossen Wurf landet mit dem aerodynamischen Paket, der auch nicht mehr so viele Möglichkeiten hat wie früher, dann verlangen sie vielleicht Platz 2. Aber das sind nicht die Ansprüche, die der Mercedes hat. Nein, das hat Otto Wolf gesagt, die wollen wieder gewinnen. Nur du hast den Vorsprung, den sich Repul rausgeschraubt hat, man sagt auch wegen der Verletzung von der Budgetobergrenze zum Beispiel, das war in dem Jahr, als man die Autos entwickelt hat und dort haben alle, oder ein Hafe von den Experten gesagt, den Vorsprung, den du da rausholst, den wirst nie mehr los. Und dort hat eigentlich die FIA eingreifen und Repul den Titel entziehen, das haben sie aber nicht gemacht. Versprochen haben sie zwar, dass wenn es Verletzungen gibt von der Budgetobergrenze, dann verliert man vielleicht sogar mal den Titel. Weil eben genau das passiert, du gibst mehr aus, das heisst, du hast so einen Vorteil bei der grundsätzlichen Entwicklung von dem Konzept, dass der Vorsprung fast nicht mehr los wird. Die anderen hecheln jetzt hinten an. Repul hat jetzt seit August das Auto nicht mehr angelangt, die haben schon alles was brauchen für nächstes Jahr können nicht übernehmen, die müssen gar nicht mehr so viel machen. Aber vielleicht entwickeln sie ja jetzt in die falsche Richtlinie. Unmöglich. Unmöglich. Das bürgt schon Adrian Nui, der Chefdesigner. Ich glaube, dem könntest du so ein Verkehrshütli, so ein rot-weises vorne herstellen und dann einsperren in einem Zimmer ohne Werkzeug. Der würde irgendwie rauskommen und aus dem Töckel hätte der eine Seifenkiste gebastelt, die alles in den Schatten stellt. Das ist einfach das Genie. Und dann muss man einfach den entfernen dort. Ja. Also vielleicht im Hinblick darauf, dass ja die Expansion jetzt dann kommt mit dem Andretti-Team, dass man das Andretti darf bei jedem Team einen wegnehmen und dann soll sie doch den Nui nehmen und dann läuft es. Dann wird es wieder spannend. Sie dürfen einen nehmen, der die Reifen an und abschraubt. Wahrscheinlich ist das eher das. Nicht 3-3-Newi wahrscheinlich. Schade eigentlich. Wenn man jetzt zurück auf die Saison blieb, Melbourne, weil es einfach nur geklopft und gedatscht hat. Dreimal das Rennen abgebrochen. Genau, als einfaches Gemüte gefällt mir das dann irgendwie, solange niemand ernsthaft zu Schaden kommt. Ist das völlig in Ordnung? Ja, das war mein Lieblingsrenner. Das sähe eigentlich schon aus. Das war dein Lieblingsrenner? Ich glaube schon. Ich überlege gerade, was ist mir noch wirklich geblieben sonst? Dass man nicht die Strecke verlassen, das Tracklimits-Thema, das du nie gewusst hast. Ja, das verstehe ich auch nicht. den weissen Linien. Wie man das Ganze einschätzen, ob die schnellste Runde jetzt geht zum Beispiel oder das Qualifying ist auch so ein Thema. Kann man das nicht besser lösen? Doch, das kann man besser lösen. Man hat sich so wahnsinnig viele Probleme drauf geschaffen. Es ist immer ein Abwege von allen möglichen Faktoren. Sicherheit muss das Wichtigste sein, das ist klar. Andererseits will man einen gewissen Spielraum offen lassen, wenn es um die Tracklimits geht, werden sie wieder verschrauben. Aber grundsätzlich sage ich, wenn neben der Strecke nichts ist, wo du schnell rüberfahren kannst, dann brauchst du die Tracklimits nicht, dann ist einfach die Strecke fertig. Wenn einer neben rauskommt, dann bleibt er stecken. Im Kiesbett zum Beispiel, weisst du, dort bist du weniger schnell unterwegs, als auf der Strecke. Also wäre das die Lösung. Das sei aber nicht so sicher. Wenn einer ins Kiesbett rauscht oder in einem komischen Winkel, dann kann Bremswirkung dann zum Teil nicht so gut, wie sie sein sollte. Es gibt verschiedene Faktoren, aber mit den Tracklimits bin ich auch einverstanden. Da kommt kein Mensch mehr draus. Dann werden die ganze Zeit irgendwelche Zeiten gelöscht. Im Rennen ist das ja noch leichter. Das sieht nicht so aus, es ist die schnellste Runde, die dann noch entscheidet, wer der Zusatzpunkt wird. Aber im Qualifying zum Beispiel, warte ich noch eine Minute, dann werden noch Zeit gestrichen. Wenn es im Batch-Verfahren müssen die Runden anschauen, das könnte man besser machen, grundsätzlich auch die Regeln. Nicht zuerst stringent, einmal gibt es für einen komischen Zusammenstoss gibt es eine Strafe, dann heisst es Verursachen einer Kollision, in einem ähnlichen Fall dann nicht, da kommt ein bisschen darauf an, wer es ist, wo es ist, alles geht, mit den Regeln hat man es übertrieben. Das Regelthema ist ja noch so eins. Man sollte es nicht komplizierter machen als nötig. Am Schluss ist es Rundsport. Man lässt eigentlich wissen, wer ist der schnellst. Interessanterweise ist auch Liberty, den die übernommen haben, der ganze Zirkus, war eine Kernaussage, wir wollen nie wieder dort sein, wo wir waren, nämlich, dass ein Team immer dominiert. Darum ändern wir die Regeln , dass es spannend wird. Das ist auch der amerikanische Gedanke vom Sport, dass jeder, der antritt, eine Chance zu um die Kompetition gewinnen. Das ist aber leider nicht so, es ist immer noch genau gleich und noch schlimmer, wie wir festgestellt haben. Wird es nächstes Jahr noch schlimmer? Ich befürchte es, ja. Die Erfahrung zeigt, dass es besser wird, es wird nicht besser, auch mit Regeländerungen nicht, es ist dann einfach ein anderer vorne. Gut, dann ist es wenigstens eine Überraschung. Es wäre eine Überraschung, wenn es selber nächstes Jahr plötzlich der Dominator wäre, Aldi anfängt sich hier reinzuschleichen. Man darf gespannt sein. Ich weiss, auf jeden Fall. Aber ja, wahrscheinlich höchgewinnen werden sie es nächstes Jahr nicht. Nein. Wollen wir weitermachen? Machen wir unsere Lücken? Ein bisschen Tempo reinbringen. Unsere Lückentexte. Ich hatte wahnsinnig Freude am Lückentexte. Letzte Woche. Satz kompletieren. Dann wollen wir los. Meine Lieblingsgeschichte vom vergangenen Wochenende. In Finnland ist einem schwedischen Langläufer beim Weltkrieg der Penis eingefroren. Das ist schade für ihn. Und eigentlich gut für den Judge Mgwidon, der das früher erlebt hat, der den Blickreporter schreibt. das darf man nicht in der Blattwahn wieder auftauchen. Dann muss man massieren, dass er wieder zu Leben kommt. Der Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Schütte der FCZ. Die Chance, dass der FCZ Meister wird, die liegt bei... Das ist eine fiese Frage. Das ist sehr gemein. Ich bin froh, 26,3%. Warum? Exakt. Ich habe bei IB eigentlich es immer noch machen müssen. Schliesslich hat man viel tieferen Kader. Man wird im Frühling voraussichtlich irgendwann keine europäische Belastung machen. Da müsste man es eigentlich schaffen. Aber, das hat man vor zwei Jahren schon gesagt, dann ist man am Ende staunend mit offenem Mut angestanden und gesagt, der FCZ ist immer noch erst. Seltsam, seltsam. Also von dem her erstens die Mannschaft weiss, wie man Meister wird. Ein guter Teil des Teams ist immer noch zusammen. Das ist schon ein sehr positiver Lauf, den man sich erarbeitet hat. Gegen IB hat sicher einen schlechten Match gemacht hat am vergangenen Samstag. Hat man aber gezeigt, dass man in der Lage ist, über 90 Minuten mitzuspielen, besser zu spielen mit der eigenen Mittel, besser zu schaffen als den Gegner. Man hat die im Direktvergleich eigentlich machen, aber Zürich unterschätzen sollte man nicht mehr. Wir haben am vergangenen Freitag erstmals zusammen einen Hockey-Matsch kommentiert. Zug Davos, wie war es? Spannende Sache, lustig, mit Anlaufschwierigkeiten haben wir gehabt, man gewöhnt sich ein bisschen aneinander, müsste eigentlich wissen, wie viel das der andere jeweils sagt, aber es ist im Ernstkampf man haltet sich ja gerne ein bisschen zurück, zuerst fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus. Und es ist aber ziemlich schnell gegangen und es war am Anfang schon spassig es macht einfach Spass so etwas zu machen es war auch gut der Matsch zu machen es ist immer etwas gelaufen er hochstehend aber ja ich würde sagen wir als du haben die Zukunft wir kommen noch wenn die anderen das auch so sehen da sind wir gespannt Skifahren zwei Frauen Podest Plätze hat es gegeben zwei Rennen das ist sehr gute Bilanz wenn die Holdner auf Platz 3 ist dort wo man sie erwarten nach einem nicht so guten ersten Lauf eigentlich ein Erfahrungserlebnis dass Lara gut berahme schon wieder so gut drauf ist sehr erfreulich eigentlich ist es standesgemäss sind die zwei zwei trümpfe stechen sind immer die gleichen Older gut berahme dann gibt es noch Sutter und Gysi immer in lauer Stellung hat man das Gefühl die Frage ist was kommt dahinter da bin ich gespannt ob dieser Winter Antworten bietet und damit zum Endspurt Im Endspurt fragen wir als erstes DHT kommt einfach nicht aus dem Quark man ist dort knapp vor Kloten in der National League da letztes Sommer oder letztes Frühling noch im Finale gestanden hat man vom Meister dort erwähnt Wend lupft Petri Matikain und finnische Trainer Also wenn es lupft dann vor Weihnachten und sonst nicht mehr also irgendwann muss man sich entscheiden was man will versuch man die Saison mit dem durch und verzichtet dann auf Playoffs und sagt die Saison war gar nichts wir müssen neu anfangen oder kann man noch Balth und einfach fertig machen oder irgendwann Steinecker Sportchef am Bande stellen und das gleiche machen aber ewig zuschauen kann man nicht mehr das wird dann irgendwann auch mühsam verspielen droht ich wenn feiert sein erster Saison 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 Ja jetzt das Wochenende im Biver Bericht schon geprüft zu haben zwei Abfahrten eine Super Saison und für uns ist es total ungewohnt dass Marc Codermatt im dritten Monat der Saison Oktober November noch keinen Sieg gefeiert hat also bis jetzt ist einfach ein Rennen erst ausgetragen wurde ein Slalom den man von ihm nicht unbedingt erwarten dass er gewinnt er tritt gar nicht erst an und die anderen drei Rennen die waren in Sölde und die zwei Abfahrten in Zermatt die haben leider nicht statt aber ich glaube jetzt eine von den zwei Abfahrten oder den Super Schief von Biverkrieg können am Sonntag schauen wir auch auf Leverkusen Logisch Perle von Rhein Dort fängt Bayer Leverkusen Borussia Dortmund in Bundesliga Spitz Ritter Leverkusen einen von den Aus Äbster Nennen Aus Forder von Bayern München Sonntag halb 6 sind Was erwarten wir? Ich erwarte die Götterdämmerung von Dortmund Man hat immer das Gefühl die glauben daran dass sie irgendwo sind wo es besser Platz sind irgendwie widerstandsfähiger daran glaube ich nicht die Mankelmütigkeit von denen im Vergleich zu Leverkusen die erste Mannschaft die zum Bundesliga start zwölf Spiele immer jeweils mindestens zwei Goal geschossen hat das beeindruckt sehr stark Bayern hat zwar insgesamt mehr Goal geschossen aber die haben immer wieder Auswüchse 7 0 8 0 und so weiter Leverkusen spielt nicht nur pfleckten Fussball sondern erfolgreichen Fussball und das rechnet man natürlich vor allem am nicht am Granicak sondern am Trainer Xabi Alonso Leverkusen viel stabiler insgesamt als Dortmund und will denen schön spielen das ist denen nicht abhanden aber sie würzen das schön spielen jetzt mit einer zügigen und robusten Spielweise und da sehe ich eigentlich nicht dass Dortmund dem viel kann entgegensetzen würde ich sagen jetzt tippen wir noch zuerst lösen wir noch auf was wir letzte Woche verbrochen haben Zürich IB haben wir getippt wir sind beide daneben gelangen ja ich habe einfach schwerwiegend das hat man mich auch wissen lassen die Zuschrift hat gelautet Apropos Podcast und dann ein Screenshot von einem Dickereintrag Zürich IB 1 Apropos quasi ich habe null getippt für IB aber zu deiner Verteidigung muss man sagen Prognosen sind schwierig vor allem wenn sie die Zukunft betreffen ich liege ja regelmässig daneben darum bin ich mir auch gewöhnt dass sich irgendjemand beschwert also ich habe 1-1 tippt und wenn man aber den Match sieht muss man sagen das war auch falsch weil Zürich deutlich die bessere Mannschaft war erschütternderweise von IB sehr wenig gekommen da kann man jetzt hoffen dass heute am Dienstag wir nehmen am Dienstag Mittag auf wie gewohnt dass gegen Roter Stern Belgrad die Leistungssteigerung um ein Vielfaches kommt also mit dem wird man sich den Europa League Platz nicht können sichern das aber als Randbemerkung also wir sind alle kreuzfalsch gewesen weil wir gemeint die IB sind besser darum gehen wir wieder zurück zu bewerten wir haben lange immer Basel tippt und jetzt kommt es zum Käuer-Duell am Wochenende Stadel Lausanne-Uschi gegen FCB so genau der Slow Slow gegen FCB Slow gegen FCB also es ist ein gutes Zeichen weil ich tippe Slow ist ein gutes Zeichen tippe 3-1 für Basel ich sage 4-0 für Basel jetzt der Match am Wochenende gegen St. Gaulle da war es mir nicht überragend aber man hat Achtung die Grundtugenden gefühlt wieder in die Waagschale geworfen also deutsche Tugenden hat dann auch dafür gesorgt dass der Anton Kade der Deutsch im Kader vom FC Basel eigentlich hat es auch vom Platz fliegen in den Startminuten wo er den Herr Sutter vom FC St. Gaulle doch übler mit offener Sohle runtergedacht hat hat dann den Talan Chaka zu der nicht sonderlich durchdachten Aussage gebracht hat nachher Matchfusspassung hat ein Männersport ja also egal man sagt manchmal blöde Sachen in der Hitze des Gefechts aber besonders schlau war es nicht was man aber hätte sagen können der FC Basel scheint sich bis in einer Zurückbesinnung auf Basics auch in der Nazi-Pause nochmals fortgeführt unter Fabio Celestini doch hat es irgendwie angefangen zu haben jetzt soll es logischerweise das zweite Match in Folge zeigen aber der Slow ist ja auch im Moment desolat hat man den Trainer gewechselt in einer seltsamen Verkennung von den Umständen das hat jetzt auch nicht wirklich funktioniert am vergangenen Wochenende also ich glaube Basel 4 noch saubere Sache ja dann dürfen wir nächstes Mal noch weiter schauen wenn wir das dann analysieren können wir uns vielleicht nächstes Mal darüber unterhalten ob es Basel noch vor der Weihnachtspause oder Winterpause dann schafft Top 6 zu knacken im Moment sind es 8 Punkte ich glaube 19 Punkte Lugano 11 Punkte Basel als Direktduell gibt es nächstes demnächst gibt es das nach dem Spiel gegen Slow spielt man gegen Lugano und dann könnte es bald passieren du könntest Basler sein das ist das so wenn man zweimal wieder gewinnt dann ist es da ist eigentlich nur noch die Frage wenn müssen wir auf den Bar Barfi zum überstemmen also ich träume ja eigentlich davor dass wir die Frage stellen müssen wenn ist der FC Basel an der Tabellenspitze und hat alles über den Haufen gerumpelt was man früher einmal gesagt hat das sind schon die schönen Comeback dann zuerst reden wir vom Absteigen am Schluss am Schluss ist man auf dem Barfi wir sind gespannt ob es so kommt wir bedanken fürs Zuhören gerne geschehen und wir würden uns freuen wenn wir nächste Woche wieder dabei wären sehr gerne wieder ade Pro und Konzer und Konzer Untertitelung des ZDF, 2020